Gratulation! Mit dem Kauf eines Produktes von PB Swiss Tools besitzen Sie äußerst langlebiges und sicheres Handwerkzeug. Unsere Werkzeuge sind so strapazierfähig, dass wir bei fachgemäßer Anwendung lebenslange Garantie bieten. Dank dieser Langlebigkeit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Denn am nachhaltigsten ist Werkzeug, welches nicht ersetzt werden muss. Plus Sie sparen, da Sie den Anschaffungspreis nur einmal tragen. Insbesondere bei risikobehafteten Arbeiten mit Strom kann die Produktsicherheit nicht hoch genug sein. Beherzigen Sie diese sieben Tipps zum sicheren Arbeiten. Tipp 1. Prüfen Sie vor jeder Benutzung die Isolation Ihres VDE-Schraubenzieers. Diese darf keine Beschädigungen aufweisen. Durch äußere Umstände wie Hitze, UV-Strahlungen, aber auch aufgrund natürlicher Alterung kann es zu Schäden an der Isolation kommen. Schadhafte VDE-Schraubenzieher dürfen nicht mehr für Arbeiten in elektrischen Bereichen verwendet werden. Tipp 2. Vergessen Sie nicht, spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Tipp 3. Kontrollieren Sie die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Prüf- oder Messmittel. Arbeiten unter Spannung sind gefährlich. Führen Sie Arbeiten an elektrischen Anlagen gemäß lokal geltenden Vorschriften und immer spannungsfrei aus. Tipp 4. Auch bei Nässe dürfen VDE-Schraubenzieher nicht eingesetzt werden. Tipp 5. Verwenden Sie Ihre VDE-Wechselklingen nur mit den passenden VDE-Wechselgriffen und sehen Sie von der Kombination mit Fremdprodukten wie Bohrmaschinen oder Schraubenschlüsseln ab. Tipp 6. Gepflegte Werkzeuge bereiten mehr Freude und schonen das Griffmaterial, die Isolation und die Klinge. Tipp 6. Säubern Sie deshalb nach getaner Arbeit den gesamten Schraubenzieher mit einem weichen oder feuchten Tuch. Hartnäckigere Verschmutzungen entfernen Sie im Nu mit Seifenwasser. Schließlich wird das eigene Smartphone oder das Auto ebenso gehegt und gepflegt. Unsere Griffe sind beständig gegenüber den meisten Lösungsmitteln Ölen, Säuren und Salzen. Alle VDE-Schraubenzieher durchlaufen nach Norm IEC 60900 aufwendige Tests für höchste Langlebigkeit und Sicherheit. Tipp 7. Sie bewahren VDE-Werkzeuge am besten in einem trockenen, moderat temperierten und UV-geschützten Raum auf. So können Sie selbst einiges dazu beitragen, nach dem Kauf lange Freude an Ihren Qualitätswerkzeugen zu haben. Tipp 7. Sie bewahren VDE-Werkzeuge am besten in einem hohen Klinge. Tipp 8. Sie bewahren VDE-Werkzeuge am besten in einem hohen Klinge. Tipp 8. Sie bewahren VDE-Werkzeuge am besten in einem hohen Klinge. Tipp 8. Sie bewahren VDE-Werkzeuge am besten in einem hohen Klinge. Tipp 8. Sie bewahren VDE-Werkzeuge am besten in einem hohen Klinge.